Nach wie vielen Arbeitstagen steht Arbeitnehmern ein Ruhetag zu? Eine Frage, die den Eug am Donnerstag über Umwege erreichte. Christian Oberwetter hält die Antwort der Luxemburger Richter darauf für nicht ganz unkritisch. Mancher Arbeitnehmer möchte sich in seiner Freizeit vergnügen, um Abstand vom Alltag zu bekommen. Aus diesem Grunde haben die Geschäfte einiger Branchen, die der Zerstreuung dienen, die ganze Woche über geöffnet. Aber was ist eigentlich mit den dortigen Mitarbeitern? Steht denen nicht ebenfalls ein Recht auf mindestens einen Ruhetag in der Woche zu? Diese Frage brachte der Angestellte eines portugiesischen Casinos bis vor den Europäischen Gerichtshof, Eug. Das europäische Arbeitszeitrecht schützt die Beschäftigten in der Union davor, zu lange am Stück in ihren Unternehmen eingesetzt zu werden, und darüber gar nicht mehr zur Ruhe zu kommen. Doch wie lange darf ein Beschäftigter durcharbeiten? Bis ihm ein freier Tag zusteht. Der Eug hält mit seiner Entscheidung vom Donnerstag eine Dauer von bis zu zwölf Tagen für zulässig, wird. Von 9. November 2017, Ats. C. 306-16 Ein Fall aus der Glücksspielbranche 23 Jahre war Herr Marc Westerosa in einem Casino in Portugal beschäftigt, bevor er im Jahre 2014 ausschied. Die dortigen Arbeitszeiten konnten, wie in der Branche üblich, als familienunfreundlich beschrieben werden. Das Casino hatte bis auf den 24. Dezember täglich vom Nachmittag bis zum folgenden Morgen geöffnet. In den Jahren 2008 und 2009 arbeitete Herr Marc Westerosa manchmal an sieben aufeinanderfolgenden Tagen. Im Jahr 2010 organisierte das Casino die Arbeitszeiten so, dass die Angestellten an nicht mehr als sechs aufeinanderfolgenden Tagen arbeiteten, und dann entsprechend ein Ruhetag gewährt wurde. Nach seinem Ausscheiden aus dem Casino zog Herr Marc Westerosa vor Gericht, da sein Arbeitgeber ihm diese Pflichtruhetage nicht gewährt habe.